Du bist mein Abendstern, sagt Sirius zu Venus, aber für einige Wochen im Jahr wird sie astronomisch gesehen auch sein Morgenstern sein. Du bist mein Doppelstern, antwortet Venus, Sirius A und Sirius B und fährt mit ihren Händen in den V-Ausschnitt seines T-Shirts. Die beiden haben sich miteinander physisch vergnügt und dabei ihre Körper trotz hochsommerlicher Hitze bekleidet belassen. Sie befinden sich auch nicht in einer Wohnung, sondern in Evas Berliner Redaktionsräumen und alle anderen, darunter drei russische Models, sind zur Mittagspause ausgeflogen. Kurzum, wir beide sind die hellsten Sterne am Himmel, sagt Sirius, lässt sich auf den Rücken fallen und lässt geschehen, was Venus' flinke Finger mit seinen berühmten Brustwarzen anstellen. Als genetisch-männliches Model darf er sie in aller Öffentlichkeit ungestraft präsentieren. Wie Andrei Pejic, wenngleich der seine Brustpartie auf neueren Fotos besonders in Gesellschaft unter einer Art Bandage zu verbergen pflegt. Die nicht unbedingt wie ein Büstenhalter wirkt, aber an abgebundene Brüste Erika Linder an Andrejs Seite denken lässt. Wobei Andrei Pejic ja Tag für Tag in Frauenkleidern herumläuft, Sirius dagegen, abgesehen von seinem frivolen Debüt in der WG-Küche eigentlich nur auf dem Laufsteg, respektive am Set. Was beide vereint, sie legen es nicht darauf an, für Frauen gehalten zu werden. Weiblichkeit ist für sie einfach ein Wert, eine Tugend. Darauf können sie sich etwas einbilden. Venus verlangt nach weiteren Zärtlichkeiten und Sirius übernimmt seinen Part. Bleiben aber auch ewig weg, die anderen. Dann lassen Venus und Sirius aus einem Wasserhahn der Etagentoilette Trinkwasser in zwei etwas verklebte Gläser aus dem Büro laufen. Das neue Album von Jay-Z lässt sich aus einem geöffneten Fenster auf der anderen Straßenseite vernehmen, Ocean, Oceans, featuring Frank Ocean. Venus kann Jay-Z durchaus etwas abgewinnen, ihr Freund Sirius auch, aber mehr noch dessen Ehefrau Beyoncé. Er stellt die Frage, wusstest du, dass Jay-Z in Anspielung auf Tweets musikalische Masturbationsfantasie Oops Oh My rappte? I wanna feel myself like Tweet? Venus, ach echt? Das ist ja in mehrfacher Hinsicht interessant. Sieh mal an, Eva hat eine Serie in schwarz-weiß gehaltener Fotos von Erika Linder an die Wand gepinnt. Auf einem hat sie noch langes Haar und trägt ein T-Shirt mit der Vokabel Tomboy. Auf einem, kurze Haare, Zigarette zwischen den sinnlichen Lippen, trägt sie eines der Marke Boy mit dem charakteristischen Nazi-Adler über dem O. Auf einem weiteren T-Shirt, auf einem weiteren ein T-Shirt mit dem Aufdruck Male Model, darunter der flach abgebundene Busen. Auf einem Bild trägt sie eine Baseballkappe mit den Lettern Kant drauf. Auf vielen zieht sie Grimassen, bohrt in der Nase und so weiter. Da sieht sie für wahr maskulin aus, findet Venus, so etwas kriege ich gar nicht hin. Allein die Gesichtszüge dermaßen in Falten zu legen. Respekt. Hat sie wirklich ein Angebot Lana Del Reys ausgeschlagen und stattdessen ihre Mutter in Schweden besucht? Und was hatte Lana Del Rey von ihr gewollt? Mehrere Fotos sind auch Halbaktaufnahmen und wahrscheinlich nicht eigentlich Modefotos. Venus findet Erika Linders Busen auffallend wohlgeformt sowie überraschend groß. Erika ist ganz einfach eine sehr schöne Frau, die man verblüffend auf männlich trimmen kann, wie man mich gut auf weiblich trimmen kann, sagt Sirius. Ich vermag das Androgyne an ihr oft gar nicht als solches zu erkennen. Übrigens auch an dir nicht, Karin. Karin ist der Name hier jetzt für Venus, ihr eigentlicher Name. Erika hat, wenn auch wenig Talie, so doch eine ausgesprochen weibliche Figur, findet Sirius. Dabei kann er sich in seiner Pubertät, kam er sich in seiner Pubertät like a man trapped in a woman's body vor. In dieser Hinsicht könne er strukturell als Transmann bezeichnet und eher mit Erika Linder als Andrei Page verglichen werden. Androgynie ist einfach eine Haltung, findet Venus, ein Habitus. Und Sirius gibt ihr Recht. Du stehst in unserer Modewelt für eine äußerlich ins Maskuline gewendete Fraulichkeit, sagt er, und ich für eine im Feminen ausgeprägte Männlichkeit. Interessant sei die Frage, wie sich erotisches Begehren hierzu statistisch verhalte. Also sind ebenso viele Männer in Erika Linder verschossen wie Frauen in Andrei Page? Keine Ahnung, erwidert Venus, die ihren prominenten Kollegen Andrei auf geheimnisvolle Weise anziehend findet. Sich aber nicht daran erinnern kann, jemals in eine genetisch weibliche Person verliebt gewesen zu sein, abgesehen von einer juvenilen Schwärmerei für ihre schwäbische Sportlehrerin an der Bettinaschule.